Die Bundesregierung, die Ampelregierung hat wesentliche Dinge vorangebracht mit der Beschleunigung der Asylverfahren, mit der Erhöhung von, Beschleunigung von Rückführungen auch, aber eben... Beschleunigung von Rückführungen? Ja, tatsächlich sind mehr, also sind die, ist die Zahl der Rückführungen angestiegen von einer kleinen, von einem kleinen, niedrigen Niveau. Von wie viel auf wie viel? Das ist vollständig richtig, das ist ja Aufgabe der Bundesländer, Rückführungen durchzuführen. Aber von wie viel auf wie viel? Das sind sehr, sehr kleine Zahlen, aber sie sind gestiegen. Aber jetzt kennen Sie die Zahl? Es ist ja, ich kenne die Zahl, aber die müssen wir jetzt hier nicht ausführen. Wir müssen, wir müssen drauf blicken, ob es vorwärts geht, ob es besser wird. Aber die Leute wollen das ja wissen. Nein, darum kann es nicht gehen. Darum kann es nicht gehen. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas?